Hey. Rollerskaten? Ähm, stimmt. Du hast recht. Nein. Habe ich nicht. Entschuldige, ist der erst. Hey. Siehst du nicht, dass ich telefoniere? Naja, sorry, falls ich störe. Ist das Annabelle? Am Telefon, Annabelle. Sorry, kennen wir uns? Du bist Julian, er hat von dir erzählt. Nikolai, Seas. Entschuldige. Annabelle? Hey. Ich habe gerade einen Freund von dir getroffen. Nikolai. Ja. Sie sagt Hallo. Darf ich auch Hallo sagen? Annabelle? Ja, Servus. Was? Na? Mhm. Ja, total. Mhm. Ja. Julian? Ja, ich weiß jetzt, was du gemeint hast. Ja, total. Mhm. Mhm. Ja, passt. Na sieht man sich. Bis bald. Ciao. Baba. Annabelle? Annabelle? Annabelle musste los. Woher wusstest du, dass ich Julian bin? Keine Ahnung. Von Erzählungen? Genau. Du hast gesagt, ich weiß jetzt, wovon du redest. Woher hast du gewusst, dass ich mit Annabelle rede? Und wie bist du drauf gekommen, dass ich mit Annabelle rede? Ich muss jetzt los. Und warum belauscht du mich überhaupt? Keine Ahnung. Hey, ich rufe die Polizei! Ja, ich rufe die Polizei. Ja, ich rufe die Polizei. Komm schon Annabelle, heb ab. Ich weiß, dass das deine Retourcoachie für den 1. April war. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020